Keine Sorge, ich bin's nur. Und weiter geht's. Hallo. So. Und los. Gesang steckt! Tsukuli oftentimes! Ich liebe es noch nicht! Sieh an immer! Nee, der ist jemand lecker! Ja man, drauf! Ey, hold up! Oh, süß! Ah! Ah! Wo ist er denn hin? Wo ist er jetzt? Ah! Das sind wir hier richtig. Wir werden wieder abhauen. Boah! 200 Füße! Oh! Hier ist er! Aber das kann ich auch! Und ein paar Messbombs legen! Oh! Ah, scheiße! Ah! Ich hab ihn auch nicht mit den Luchwitz und den Bucker! Ich hab ihn auch nicht mit den Luchwitz und den Bucker! Ich hab ihn auch nicht! 6. 7. 8. 10. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 18. 16. 17. 18. Was ist das so schnell? Was ist das für sch... Der Kerl. Oh, jetzt ist er noch nicht so. So eine feige Socke ist das also. Kleine Kinder müssen sich nicht mit den großen anlösen. Ah, 450, 60, jetzt hole ich das. Oh, hier sind aber schöne Birken vom Sommer aufgestett. Süß. Ja, klar, mach mal. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Da kommt Bobes. Ich stehe jetzt bei dem Turm. Komm doch runter und kämpf! Geh! Genau! Ah! Hat Claymos gelegt! Ja ja, die weiß ich viel! Dann probieren wir was anderes! Ich komm mal von bei der Türm! Geh! 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 Ja, jetzt kommt er zum Kämpfen. Ja, wahrscheinlich, weil ich es nicht aufgepasst habe. Das werden wir sehen. Das ist ein Shit echt unten. Ja, es ist unten. Das ist unten. Oh, das ist so gut. Ja, er hat wieder gezogen. Ich habe hier noch Jordan an der Bank. Okay. Ich kann ihn nur, wenn man ihn braucht. Ja, alles knappe. 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 Angelegenheit Dämm, Dämm 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 ARD Text im Auftrag des WDR Oh, meine Schilde sind stark, oder? Ja! Aua! Hat er dich getroffen, Johnny? Johnny! Ja, was? Waren das die Fröhungs, dass sie dich getroffen haben? Nein! Das waren die, die ich geworfen habe! Ah, auf wen denn? Auf Monte Cristo? Monte Cristo? Ja, ich hab jetzt ein Schild runtergekommen. Ich kann besser fahren, dass du? Jetzt erfolgt mich Alubar! Ich kann besser fahren, dass du? Jetzt erfolgt mich Alubar! Hehehe, daneben! Oh mein Freund, das Spiel kann ich besser jetzt sehen! Ohhhh, ein Statpinger! Oh mein Freund, das Spiel kann ich besser jetzt sehen! Ohhhh, ein Statpinger! Das Spiel kann ich besser finden! Oh, scheiße! Ich hab jetzt hier in den Stade, also will ich auf den Stade von zacken. Oh, was ich los? Oh, was ich los? Das Spiel kann ich nicht Video geben? Oh Scheisse! Ja, was denn? Ist alles gut. Gut! Was? Ah, du waren noch 10.000. Hier krieg ich gleich. Na komm her. Warte. Ich muss mich kurz in den Idiot kümmern. Jetzt fahre ich auch. Hallo, Paar. Jetzt fahre ich auch. Jetzt fahre ich. Jetzt fahre ich. Bäh, nein. Jetzt fahre ich. Ich habe keine Lust mehr. Da kannst du mir ja mit Monte Cristo helfen. Ah, Scheiße! Was ist denn auf seinem Türmchen? Das ist einucedeweis. Das ist ein Acker. Das ist ein Acker. Das war's für heute. Ich habe das Video von Challenger und die Schreiber mit der Bühne und die Ordnung. Ich muss mich wie ein Mensch auf den Bühne und ich bekomme es. Ich bin ein paar MR, 1 ein paar Leute aus den Ecken zu bringen. Ich bin ein paar Punkte aus dem als ich in der Bühne und ich bin ein paar Punkte. Jetzt ist er noch weiter. Ich bin ein paar Punkte aus dem Ecken. Ich bin ein paar Punkte aus dem Schulfield, ich bin ein paar Punkte aus dem Chef. Ich bin ein paar Punkte aus dem der Bühne und ich bin ein paar Punkte. Dich, 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 Dich. Das war's für heute. Scheiße, er hat mein Schild runtergebekommen. Wer denn? Alobaaaar! Der Fickse! 21.000... Was ist mit Monte Cristo? Der ist wieder auf seinem Türmchen! Achso. Dieser Aloba hat nicht mehr viel, ist das Ding. Vorhin hatte er ja noch 10.000. Dann helfe ich dir jetzt. Komm, nehmen wir den! Ja. Komm, stopp! Ich guck, ob ich irgendwelche Schilder hab. Ne, ich hab echt gar nichts mehr. Na dann. Bist du da? Ne, noch nicht. Gut, dann fall ich ihm noch ein bisschen weg. Ah, Monte Cristo nimmt Item-Grabber. So, jetzt ist er 71 Schritte, jetzt müsste... Okay, jetzt komm ich. Moment, ich probier mal. Was denn? Suicide-Bomb. 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 Ne? Ne, hat er. Jetzt hat er auch. Jetzt hat er auch. 2. 1.200 Trapäe, holen wir dir. 1.200 Trapäe. Da fährt die ganze Zeit mit dem Fahrrad rum. Da haben wir noch Schilde, woher der die schildert jetzt hier. Jetzt sind wir noch ein paar Fireballs. Da fährt die ganze Zeit. Johnny! Komme! Und du kriegst das ab. Wenn nicht ist er, das muss man ihm lassen. Der hat noch ungefähr 100 Shil-Shot. Ah, er ist hinter mir. Wo bist du? Hm? Er hat ihn. 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 Ah. Los. Prost. Na mein Freund, ich hab kein Shit mehr. Gehst du die Granaten? Ja. Was? Ja. Dann hör doch damit! Ich treff dich doch gar nicht. Ja, doch! Ich kann dich nicht treffen. Oder ist das der andere? Er wirft auch welche. Ah. Ach so, ich bin. Ja, mach weiter. Ja, ich hab hier mit dem Bogen erwischt. Aber du wischst mich, aber ich bin zu wenig. Ich bin. Ah. Fuck. Ja! Schicht drauf! Ja, ja, ja! Gib's den! Ja! Ja! Ja, gleich hab ich. Komm schon, dann stimmt dein Licht! Ja! Ja! Ja, ja, ja. Hey, ich hab ihn sogar erwischt mit der Maschine Gun! Ja, voll cool! Juhu! Juhu! Okay, das war doch noch was wert! Ja doch! So, ähm... Das Wichser hat's nicht anders verdient, der hat mich vorhin eh ein paar mal umgelegt! Ja, mich auch! Ah, das war jetzt echt ein geiler Kaffee! Und er hat null Kins! Vorher hat er über 180, glaub ich! Hahaha! Naja, Montechrista hat mich nicht erwischt, aber wir haben hart zugesetzt! Ja! Da sind schon einige Führungstars ihn reingehämmert! Ja, ich auch! Ich hab's nicht gehört, dass da war! Ich hab's nicht rein! Ja! Ich sag ja, wir sind ein gutes Team! Hm! Ja, ich hab's nicht gehört! Ja! Wir haben zusammen, hätten wir beide Platz gemacht! Ja! Was mach ich jetzt noch? Ich hab 9000 hier Ich hab immer noch 22.000 Ja der hat halt mich mies runtergezogen wenn mein Schild unten war Ah ja stimmt, das ist... Ja das ist halt das Problem Wenn du gegen irgendwie... Ich weiß nicht wen kämpfst und ich will dir helfen Dann kennst du mir immer jemand, der nicht gewählt und sonst erst den bekämpfe Ja das kenn ich ja Die sind anscheinend auch ein Team Bitte? Ach die sind anscheinend auch ein ganz gutes Team Ich mein... Der Typ hat sich quasi für jemanden Christo geopfert Hehehehe Jep Ach ich glaub ich spreng mich aber so oft mit dem Cruisive grenades in die Luft Und ich sterbe Ich hab noch drei von Cruisive grenades Mal gucken... Wie ich jetzt verliere... Das reicht doch Das reicht doch Ja ich lose 12 Ach... Fick dich Ach... Ach... Ich schätze jetzt erst noch... Dobi noch Ich stehe einfach zu nahe an diesem Rand Und ich soll... Rums... Das war's... Faux Ja... Soviel zu diesem Part... Wir hatten noch mal einen schönen Kampf... Das war gut Scheiße... Jetzt ist mir das ganze Red Spot abgestützt... Aber ja klar... Wie immer... Aaaaaaah! Aaaaaah! Tolles Spiel, muss man ja sagen. Das stürzt dann dauert ab. Naja, aber da kam es schon noch sehenswert, denke ich. Und wir können ja nachhören, das ist lustig. Ja. Ja, genau. Ähm... So viel soweit. Und ich denke, wir spielen bestimmt nochmal Redspot. Also, hören wir uns auch in die Let's Play-Reihe nochmal wieder. Bis dahin, tschüss.